Ich müsste den hier irgendwo ans Straßennetz anbinden. Und das mache ich auch soeben mal. Perfekt. Und haben wir denn schon Erdöl? Nein. Aber da kommt eine Ladung. Dann baue ich, dann baue ich, dann baue ich. Gleiche mal die Raffinerie. So, eine Raffinerie dürfte reichen. Und eine von denen. So. Jetzt dürfen die Leute bald mal glücklich sein hier. Und habe ich... Oh, hier bin ich auf maximal. Das ist aber doof. Dann muss ich hier kurzzeitig mal das hier rausschmeißen. Scheiße. Das hier raus. Ich muss hier noch einladen von denen hier. 26 Stück von. Raus, raus, raus. Perfekt. Muss ich mal gucken. Die Raffinerie raffiniert schon. Wie raffiniert. So. Jetzt mache ich hier mal ein Mordskriegsschiff. Oder auch nicht. Jetzt habe ich ein bisschen Stahl über. Munition habe ich auch. So. Mache ich mal die Muni wieder auf hier. Dann produziere ich hier schon mal, dass ich dann eine Flotte aufbauen kann. Dann so schnell wie möglich. Wieso kriegst du keine Information? Achso, weil du zu weit weg bist. Aber hier Lifestyle ist bald mal am Werk. So. Jetzt drücke ich hier ein bisschen Plus, dass hier mal die Sache ein bisschen vergeht. Ich will ja jetzt nicht wieder ewig hier in der Mission sitzen, weil ich hier nicht vorankomme. Aber ich finde das Spiel echt geil, muss ich dazu sagen. Weil ich jetzt eigentlich wieder gar nichts so Sendepause mäßig gerade gesagt habe und so. Und das ist, äh, ja, Sendepause mäßig gesagt. Ähm, weil ich einfach nichts gesagt habe. Deswegen labere ich jetzt mal ein bisschen. Denn die Stille tut nicht gut. Sonst langweilt ihr euch noch. Und das will ich ja nicht. Naja, ich bitte um Rückmeldung. Wäre echt cool, wer sich's anguckt. Schreibt mir, Leute. Schreibt mir. Ich will es wissen. Handel. Hier will keiner mit mir handellen. Das ist aber blöd. Es gibt immer etwas zu verbessern. Aber im Grunde dürfen wir uns nicht beklagen. Ja, die Communicator. Scheiß drauf. Die krieg ich nie so her, wie sie sie brauchen würden. Aber jetzt mal. So wie wir, muss zu 81% erfüllt sein. Na, Prostmahlzeit. Da hab ich noch einen langen Weg hin. Äh, Ware. Du, 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 du. Rö, du. Ich blick zwar grad die ganze Analytik an, aber ich blick nicht mehr durch grad. Nee, mein Kunststoff füll noch nicht. Äh, huch. Hier bin ich. Schiff. Mit wie viel Rohöl kommst du denn an? Mit 6 Tonnen. Das ist ja mal fürs Erste wieder ausreichend. Für die ganze Sache. Ich hab, wow, 112.000 Ocken. Gleich 113. Das ist ja... Weil das vom Fraps die Zahl nicht im Eck oben, also stört's mich nicht. Äh, Handel. Tatsache. Perfekt. Ich glaub, ich krieg gleich wieder ein bisschen Geld. So. Raffinierst du schon wieder? Ey, wo ist mein Öl? Öl, 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 Öl. Gibt's ja nicht. Hast du das jetzt nicht ausgeladen, du Idiot? Wo ist mein Schiff? Mein Schiff ist weg. Ach, nö. Alles aus einer Hand. Ja, super. Leer, leer. Wo ist mein Schiff? Hat's jetzt endlich mein Rohöl abliefern können. Geht doch. So, haben wir's ja eh gleich. Und dann dürfte der Levelaufstieg auch nicht mehr so fern sein. Was? Befehligen Sie eine Flotte aus folgenden Schiffen? Containerschiffe, drei Stück. Übergeben Sie Mr. Tron das Kommando über die Versorgungsflotte. Ich brauch nur drei Containerschiffe. Haben Sie hier nicht das Sagen? Ich glaub, Sie sind ganz okay. So. So. Es wird schon wieder raffiniert. Perfekto. Spiel wird gespeichert. Spiel wird gespeichert. Oh. Hm. Muss ich gucken. Mit den Augen. So, 46 Munition. Eisen hab ich wieder nicht mehr so viel. Dann mach ich hier mal wieder einen Stopp. So. Heißen die Dinger Kolossus? Frachtschiff, Containerschiff. Warte, sind das für ein Rohstoff? So sieht das hier anders aus. Hm. Ich glaub, die haben ein anderes Eisensymbol, aber wieso haben die das? So, ich baue jetzt so ein Holzschiff. Kann man doch ein paar mehr transportieren mit? Ist ja nicht schlecht. Nee. Und der Lifestyle sinkt hier schon wieder. Wieso? Kommt die Tupperware nicht so schnell an, wie ihr braucht? Ah, es steigt. Perfekt. Fahrzeug fertiggestellt. So. Ja, komm. Was nehm ich denn mit? Ich nehme den ganzen Stahl mit. Und fahr den erstmal hier runter. Und dürfte Ruhe sein. Ich will nichts verschreien, aber im Moment läuft's ganz gut. Das gibt's ja nicht. So. Eins wieder produziert. Dann sind die Leute bald mal glücklich hier. Mit dem ganzen Kunststoffzeug. Ach, Menno. Ich drehe nur durch. So. Stellen wir mal da hin. Das schöne Ding. Das schöne Ding. Ritte Ding. Ritte Ding. Ritte Ding. Oh, Menno. Mach mal hin mit der Plastikproduktion hier. Das kann doch mal nicht angehen. Leute beschweren sich schon. Wenn sie den scheiß Kunststoff nicht kriegen. Ja, komm. Ja. Und die Burger-Produktion. Ich dreh durch. Was fehlt euch denn noch? Zu eurem Glück. Alter. Ah, ich hab die dritte Fleischfarm vergessen. Oder wie? Nein. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? So, Fleischfarm. Hab ja ganz vergessen, dass ich die noch bauen wollte. Eins, zwei, drei. Straße. Ich stehe mir immer selber im Weg. Das ist abartig. Ach, das wollte ich. So. Mache ich hier noch einen Burger-Produzenten. Warnung. Produktion gestartet. Wow. Ah, ist mir endlich die Kohle ausgegangen. Na, so. Dann hab ich hier endlich mal die Kohle weitergebracht. Ist ja auch toll. So. Aber jetzt hier. Ich will nichts verschreien, aber im Moment läuft's ganz gut. Ah, der Lifestyle sinkt auch schon wieder. Ach komm, ey. Hab ich hier irgendwo eine Überproduktion? Nö. Oh, Mann. Am was liegt denn das hier schon wieder? Hui. Bisschen mal die Map gedreht. Bisschen aufstellen kann man es nicht. Das ist irgendwo doof. Der ist auch nichts mehr am Start. So. Der hat neun Tonnen dabei. Die Verbraunen. Kann sie hier nicht das sagen? Ich glaub, sie sind ganz okay. Aber jetzt darf er endlich mal mit dem Kunststoff hier klarkommen. So. Ein Upgrade-Stop hier reingehauen. Komm, gib Gas. Der Chef war heute so freundlich zu mir. Entweder werde ich befördern... Kommen die jetzt endlich mal mit dem Scheiß... Kunststoff klar hier. Na, endlich kommt es mal so richtig in Schwung hier. Produktion mal so richtig hochfahren. Haben Sie hier nicht das Sagen? Ich glaub, Sie sind ganz okay. Und Kunststoff ist auf Lager. Aber jetzt... Aber jetzt... Jetzt wird's aber zu 100% hier. Ich weiß. Und jetzt wird's. masculinier. Untertitelung des ZDF, 2020